Hallo und herzlich willkommen zu Zombie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid hier richtig bei Trend17TV und wir sind hier mitten in der Stadt zwischen den Zombies. Noch herrscht hier einigermaßen Ruhe und wir müssen die Außenanlagen für die Videoüberwachung wieder einschalten. Und ich frage mich jetzt gerade, wo ich hier überhaupt lang muss, wo es hier weiter geht. Aber ich meine... Ach, hier kann ich runter. Achso, ja. Oh, dann komme ich ja wieder zu dem... Kommt der denn her? Ich schätze mal schon, ne, wa? Ich schätze mal schon. Und ich schätze mal, der kommt her. Wow, wow, wow. Wow. So. Das war eine Frau. Mein Gott, das war die Agro. Die Frauen alle so Agro hier. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. So, schnell wieder schließen hier. Mach mal zu dir, die Hütte. Das ist ja der Hammer. Boah. Mein Gott. Wie kam die denn auf einmal her? Ist hier noch was? Überkriechen oder was stand da eben? Okay. Hier schauen wir rein zu können. Schnell zumachen. In der Nähe ist ein Gulli. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Na? Ja, aber erstmal benutzen wir, hier haben wir erstmal noch ein, ein Erste-Hilfe-Kassen machen wir erstmal hier. Hast du ihn jetzt auf? Komm her. So, rein mit dir. Wir gehen ins Safehouse. Erstmal speichern, auf jeden Fall. Ja, wie immer, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir bitte eine Zombie-zerfleischende, rot-blut-blut-rünstige Bewertung da. Und ich würde mich darüber sehr freuen. Wir speichern jetzt erstmal ab, wenn ich dann, wenn ich jetzt überhaupt hier, hier ist mein Gulli, wo ist jetzt meine Butze? Ich glaube hier, ne? Oder? Ja. Hier ist meine Butze, genau. Mach los zu, die Hütte. Wie cool ist das denn, dass ich jetzt gleich hier wieder in meiner Butze bin? So, den speichern wir natürlich erstmal ab jetzt hier. So. Schaue ich mal auf den Bricklingmarkt. Waffen. Okay. Achso, wir müssen erstmal ein paar Sachen hier lassen, glaube ich. Hier hat alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Schütze das Safehouse. Dein Überleben hängt davon ab. Freie Plätze 3. Rucksack. Ja. Was können wir hier lassen? Einmal Sprudelwasser. Was lassen wir hier? Schokolade nehme ich mal mit. Leuchttrakete. Weiß ich nicht. Pistolenmunition. Den brauchen wir. Taschenlampe brauchen wir auch. Ich würde mal dazu tendieren. Mittlerer, erste Hilfe. Großer. Ich nehme mal den großen mit und den mittleren lasse ich hier. So. Mal gucken. Jawohl. Hat geklappt. Perfekt. Mir geht's gut. Ich hab geschlafen. Pin setzen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal raus. Schauen ist auch gut, ne? So, wir müssen jetzt... So, wir müssen jetzt... Nochmal. Wieso muss ich denn... Ist da noch was? Aber muss ich hier... Ach, hier kann ich jetzt durch. Alles klar. Oh Gott, ich muss ja die Tür wieder zumachen, sonst kriege ich nachher Besuch. Da kann ich jetzt durch, richtig. Alles klar. Tür schließen. Genau, das ist ja mein Gully-Deckel und da kann ich dann natürlich zurück. Abkürzung. Sehr wohl. So, Brick Lane. Eigentlich haben wir da ja alles erledigt. So, Brick Lane. Ah, wir gehen da doch nochmal hin. Anderweitig können wir ja auch noch nicht. Ja. So, da gehen wir da nochmal hin. So, versuche in den Supermarkt zu gelangen. So, da ist mein... Muss ich den auch wieder zuschieben? Ne, ne? Ne. Ich denke nicht, dass wir irgendwelche Zombies reingehen. Ja, bin ich da jetzt richtig? Hoffe doch. Ach, mein Gott. Ne. Ich muss da hinten lang. Das ist gar nicht richtig hier. Oh mein Gott. So viele Türen. Scheint nicht richtig zu sein. Da ist das Kreuz. Ich habe auch wieder keine Karte hier. Ah. Wow, wow, wow. Abschi, ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Ah, fuck. Sei vorsichtig. Oh, mein... Oh, schnell raus hier. Ist das ein Spucker? So, mach ihn alle. Oh, das war knapp. Boah, was war das denn für ein Typ, ey? Krasse Aktion. Oh. Oh my goodness. Ich muss mal eben schnell was... was essen hier. Meiner Gesundheit geht es nicht allzu gut. Hier kann ich so ein... Schokolade... So, und ne... Spudelwasser. Oh mein Gott. Da habe ich schon wieder den halben Vorrat verbraucht. Ne, ich muss da ja rein. So, mach mal das Licht an, ja? Das ist ja so ein alter... Gib mir mal meinen Schläger wieder. Das ist denn, wenn man den Schläger nicht zur Hand hat. Ja, da geht es weiter. Okay, das werden wir heute nicht mehr schaffen, meine Lieben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten spannenden Folge wieder. Ich werde mich jetzt mal wieder aufs Ohr hauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und bleibt mir trau. Bleibt gesund. Bis dann und ciao. Ciao. Tschüss. Bitte né.